und damit haben sie liebe leute willkommen zurück zu sims 4 im zweiten teil des platin streams ja das war ja mehr oder weniger suboptimal ich werde das ganze wahrscheinlich noch mal auf einen zweiten account in schneller machen aber gut so da sind wir noch für zwar nur noch fünf trophies müssen es gewesen sein glaube ich mal kurz nachgucken ja die danach scheiße wieder fehlen ja vier mal müsste es gewesen sein mit ihr mit den leveln so beziehungsweise ja da mit der höchsten blablabla stufe ja ja entertainer 1 2 3 4 5 6 genau mit hier noch rosenknospiel keine ahnung was ich die tropie noch nicht bekommen habe sehr aus der ratio hätte eigentlich schon längst kommen sollen aber gut wir fangen jetzt eben mehr oder weniger noch mal von vorne an hat zumindest mit der tropie tropie familie also tropie familie so zwisch wenn es denn hat dann bald die next ja das ja die tagesaufgabe so das habe ich nämlich nicht gemacht und das hätte man machen sollen das ist ja unglaublich was soll denn das das ist doch scheiße also für ps5 ist es nicht wirklich optimiert wie mir scheint das war immer dazu schnell auf irgendwo drauf geht na dann ist dann ist vorbei noch mal nam da tach holger auch mal da holger ja sehr schön so so ich gehe aber gleich erstmal auf play das hat beim letzten mal auch funktioniert wir waren da wiederum gespackt so gott also machen wir jetzt erstmal hier noch mal haushalte verwalten ne machen ich echt jetzt hör auf was hat denn das spiel das war zum kotzen ist das und das ist jetzt halt über zehn minuten dauert bis wir überhaupt mal einmal das spiel zum laufen kriegt nein das sind ja auch kacke die next flach mein gott was macht denn hier so nach wie viel mal nicht starten hat es beim letzten mal funktioniert ja keine weg das spiel die ganze zeit durch starten das war auch fünf sechs mal gestern oder scheiße da das funktioniert halt ja okay 3 cm also schon relativ groß ne aber gestreut hat nichts oder er war nur zentral der eine halt so jetzt warte ich mal extra jetzt mache ich mal gar nichts klasse warten aber vielleicht warst du mit dem hier r1 okay das funktioniert das jetzt auch so machen wir einfach mal ein neues spiel vielleicht gefällt ihm das besser nein danke so galerie öffnen scheint es wohl zu funktionieren so ähm nehmen wir hier die normale trophy family na so die holen wir noch mal rein hier na außer platzieren aussetzen ja wollte ich gerade sagen hör auf so muss ich mal kurz gucken äh da ist writer also ich brauche ja nur noch hier entertainer business malerie verbrecher und gastronom das wollen wir mehr oder weniger dann alles nicht mehr so die hauen wir weg also das ist auch der nice aber ja hier glück im unglück gehabt kann man so sagen so der kann auch weg das ding haben wir auch athlet haben wir auch entertainer passt das ist der guru pro jahr nimmer hallo wischen bitte jetzt so dann darf man auch gleich mal die andere noch mit rein äh profi family 2 verbinden na komm so genau painter passt criminal passt astronaut brauchen wir nimmer den haben wir auch da können wir ja weg ja genau ja genau jetzt business passt und genau koch so gesehen ja das passt jetzt das passt jetzt ah ja kann man die nehmen ja speichern und spielen so 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 gen und so ist basti so ja immer ja willow creek da sehe ich nur 28.000 budget hat ist komisch war passt ja äh ja holger ja ja müsste ne morgen äh ich glaube ne morgen kommt nochmal äh der stranding so gut das haben wir auch mal ähm aber ja nur 11.689 dollar naja das geben wir aus mal ihren baumodus so fangen wir aus mal damit an erst mal hier rein ja bis weiter weg so mal ausblenden mal machen wir so die ansicht besser so also fangen wir aus damit an elektronik computer ja und nämlich zwei dann nehmen wir den so ach so ach das scheiße wenn wir den fernseher jetzt da oben hm und machen einfach hier nochmal ja nimm mal einfach den da billigen stuhl hier so äh so 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 Gibt es denn hier Tische? Eine Parkbank wollte ich jetzt hier nicht. Äh, Stühle? Sofa? Da. Ja, ist aber, stimm mal den. Nehmen wir einfach den. Hä, ist so viel Platz, ich kann noch nicht sein. Hä, na ja, auch schon passend. So. 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 Wollen wir hier nochmal ein, ja? So. Ja, das haben wir, das weiß ich nicht. Nur nicht hier. Der Tisch. So, ein Mikrofon. Geht da hin nicht? Ja, stimmt, ist halt da hin, ne? So. Weiß ich nicht, gibt es hier so, so sieht das hier? Ein paar Hocker gibt es. Ah ne, da ist nicht einfach noch kochen. Das wäre schon zu aufwendig. So. Haben wir noch eine Staffelei. Da müsste es eigentlich auch so gehen, ne? Ja. Ja. Die stellen wir und stellen wir die mitten rein, oder? Ja. Ja. Ach was, stellen wir die da hin. Ja. Ja. mir keine kohle mehr gut live modus modus wer bist du jetzt noch mal die business ja passt du gehst mal dahin sicherheitseinstellungen schreiben als karriere ne jobs suchen auch nicht sie mir da ist die nächsten ja ja berichte ausfüllen so machen was sinnvolles kriminelle sehr schön du gehst mal den da kriminelle programmieren virus programmieren virus programmieren ist immer gut müden ist abstrakt klassisch so dann haben wir jetzt noch die da nein alter das mikro ist mal rein hier wollen wir die auf und improvisieren so das ist jetzt glaube ich schon besser ja warte mal die fehlen noch wusste ich doch irgendwas fehlen noch kochen alle haben wir das gerade was anderes gesehen ja gourmet menü zugereiten gourmet obstkuchen klingt doch gut oder haben wir nicht kloblauchnudeln geht es jetzt oder geht es nicht ja anscheinend nicht ne ja gut da hat normal nehmen wir denn da fähigkeits 6 pro mini größe so dann mach mal entertainer wie jetzt schon fertig oder wat macht auch nix mehr man mann 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 wo waren das jetzt hier auch da oh jetzt haben wir alles die hat schon ab gab es das auch was koch ne ja so machen wir mal wat hier was ja lieber rum sitzt hier ne ist so wat arbeiten gaming live stream oh ne mach das nochmal ach die kommt da net hin gut das sollte es natürlich erklären wegen was sie da nichts macht ne so so keine ahnung ob das jetzt wunst nichts gibt's ist nein wo ist jetzt da ist sie so eine kunstgalerie verkaufen so gleich nochmal neu malen lassen hopp passt die macht schon wieder nix hier die ist viel zu schnell wie kochen warte mal das ist echt die kunst hier naja mit den zutaten hier haben wir net warte doch sie genau gesagt ist auch fertig mehr programmieren machen wir mal hacken auf computer so mal mal verkaufen na marco habe ich sehr geile ist jetzt gut ja auch was hack angriff fahrfolgreich ok so dass wir einfach mal vordackeln hier so nebenbei gucke ich gerade schon mal hier was sie diese rosebud schon auch wie betrifft hier äh halt immer dabei ich einfach zur not hier das ist einfach dann zur not hier eine andere troffi da herr und koal hier da und gehen kann wie kann es wieder gehen warum na schnauze so ich hasse werbeln sieht auch es hat Das ist die Uhr. Die würde ich jetzt auch mal meinen, als hätte ich genug gelabert, oder? Das muss ja eine Stunde in der Arbeit sein. Ja, bin ich mal gespannt jetzt hier. Ich hoffe, das ist jetzt hier ein Henne-Haut, wie ich es vorhabe. So, der geht schon mal. The Criminal. Mitten in der Nacht, wer jetzt gedacht. Mal schauen, ob das schon reichte, was er da gemacht hat. Wenn ja, müsstest du nach Bling machen. Alter, oder sowas? Ja, danke, Heuger. Aber für Silber ja nicht schlecht. Ja, das ist ein Sound. Geht doch. Schau, der andere ist jetzt arbeitlos, oder nicht? Halb sieben, und die quatschen ja immer noch rum. Ah, ja, bis ins Tate. Aha, sehr schön, da haben wir die da. Ja, immerhin. Die ist dann schon mal durch. Gott, aber kann man hier verwalten. Ja, danke. Dass er ein bisschen weniger gequatscht ist. Schmeißen wir den jetzt raus hier. Äh, mehr. Großart verwalten. Editieren. Äh, mehr Video-Eintro. Wie wollte ich auch von dem nicht? Ja, auf der Barsch. Da ist es ja. Tschüss. Nicht abonniert hast du, Holger. So. Ach, ja. So, was werde ich jetzt mit dir machen, wo dann den Trophy aufploppt. Weil, das ist ja dann übersichtlicher. Na. Na, ja, Holger. Du mich auch. Tja, aber dann müssen ja die Tratschtanten ja mal zur Arbeit. Nein. Ja, das nächste Mal Schuhe 3, ne? So. Na, nächstes auch weg. Ja, genau. Oh, Painter sind aber hier. 0,5. Ne, gibt's nicht. Nee, 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 nee. So, müssen die zur Arbeit? Zwei Tage bis zur Arbeit. Echt jetzt? Äh. Na, dann. Ah, fliegende Farben. Sehr schön. Die nächste. Jupp, jupp, jupp. Aha. Also, bis das dann der hat sich's hergekriegt, ne? Ah, naja, Painter ist durch. Jetzt gleich mal nochmal, ja. Doch, heute. Das war heute. Aber den verlass dann wohl zu früh den Postboten verkloppt. Weil so schnell ist es dann auch nicht. Äh, nee, Kulinerie nicht, da, Painter. Tschüss. Ja, ja, die, die ist unterwegs, ne? So. Weiter geht's. Jetzt sind wir noch zu dritt. Ja, du hast jetzt. Äh, Entertainer. Jetzt erzählen. Du hast Koch. Ah, Investition getätigt. Oh, gebackene Schokonuss ist immer gut. So. Ah. So ist es, buddy. Ah. Ah, wieso ist die denn mit dem Koch hier, wieso ist die so schnell, was soll denn das? Kann man das nochmal? Gourmet-Gericht wird wohl hoffentlich länger dauern. Richtigkeit 3. Ah. So. Hop, 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 hop. Das sind schien, oder? Das Wiesbaden, will ich? Ah, okay, jetzt sind wir noch nicht fertig. Eins geht auch. Spinat, was? Spinat, Fried, Tata. Da. Ja, vor allen Dingen viel, meine. Wobei ja, war das nicht so, dass er bloß gestellig ist oder irgendwie so? Und erklärt, er musste zahlen oder irgendwie sowas oder andersrum? Keine Ahnung. So, moin, was hat mir jetzt hier die Business-Tante? Na, beim nächsten Mal vielleicht hier. Aktien erforschen nicht begonnen, warum nicht? Du hast auf zu quatschen. Was? Watscht die da? Mein Gott, die soll arbeiten. Mein Gott. So. Ist hat die da? Ist abgeschlossen. Und die da? Drei Tage ist zur Arbeit. Echt jetzt? Hm. Armer Ritter? Cool. Futterhut. 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 Futterhut ist gut. Drei Tage aus zur Arbeit. Futterhut. Teatrohut. ensitive. Nanziroh Zero Natürlich Jetzt aber Die andere lauten immer noch die gleiche Scheiß Achso, das ist das Äh Oh, das Na los, bis das dann Der Absor arbeitet Geht doch So Hoffentlich hat sie dir jetzt mal Nee, dass sie mir seine wegfliegt Das Dienstag jetzt hier So Wann muss die? Ah, in sieben Stunden Okay Und die in drei Tagen Olé Getränke mischen Ja, hm Gut, ich könnte höchst Spaß haben Kurz mal gucken Ob ich da irgendwie was Bartechnisches Was hier Günstiges finde ich, ja Ich ruft Okay Naja Dummklappauter Mann Naja, kommt so eine Bar Kann man immer mal wieder reinstellen Irgendwo, oder? Oh, shit Äh Der Außenbar Der Außenbar doch auch was, oder? So Hat auch nicht jeder So, das war's jetzt du, ne? Ja Äh Getränke mixen üben So, jetzt ist Schluss Wie kommt ihr durchspiel Das ist wie beim Holger hier, ne? Wir sind nur am PC Ja, siehst du Sei doch, Holger Oh, Mann Ah, die hat Ach, scheiße Ich wollte die Maul nicht einbinden Äh Die hat sie abgeschlossen, ne? Ja Gut Die dann jetzt wohl auch So So Rabatz So Dann machen wir den Rabatz hier Was war's? Kostopolyna Oder so Eigentlich Aha Sehr schön Na, die nächste Sehr schön Da wird es hier Die Business State Auch gleich sich Ver- Dünnisieren hier Oder war das ja, ne? Na Business Karriere Okay So So Welt in Verwalten Schweiß Und die Ahnung raus Hm Hat die zwei Tage Wie das Achievement gebraucht hier Äh So Meer Haushalt verwalten Ah Dann glaube ich So Business Und tschüss So So Die Sorg So Jetzt ist Alleine da Hm Doof Genau Dieses Abschlossen Dann muss die Zwei Tage zur Arbeit Wow Naja So Lass wir einfach mal laufen Hier Die zwei Mädels halt Plus die Deine millionen Das platin Theoretisch hätte ich die millionen schon haben müssen Eigentlich mit dieser Trophy Family Einmal Ins spiel reinholen Aber irgendwie Sag die spiel Nein Und danach nochmal probieren Zur not Nehmen die andere Family Die hat hier schon Wer anders So gemacht hat Ich schätze mal Da wird es hier schon Mehr geben Die eine millionen Auf dem konto haben Und dann Ja Haben wir das auch So Ne Alles gut ist Wenn es jetzt Echt So noch die Da fehlen sollte Ich weiß Die letztendlich Auch noch raus Und dann werde ich Die einfach nur Pinnen Bis zum nächsten Tag Dann geht es schneller Ein tick Aha So die haben wir auch Das ist ja ja Entertainer Ja guck mal Kaum sind sie wieder zu zweit Fangen sie wieder an zu quatschen Die Weiber Ne Können wir rausschmeißen No So Mia Verwalten Ja Tschüss Gut Dann war es Dann war es jetzt noch Die eine Die eine Oder keine Wie lange noch Zwei Tage Am Donnerstag 14 Uhr So Jetzt geht es nämlich Einige schneller Ja Jetzt geht es nämlich schon Abgeschlossen So Mal ab ins Bett Wir sehen Und Schlafanzug an hat Ganz einfach Holger Du lässt sie an Und gehst ins Bett Da sind die gleichen Ja Ja Nur dass Auf der PS5 Du musst gefühlt das Spiel Erstmal starten lassen Dann holst du dir lieber Mal einen Kaffee Kommst wieder Und dann ist es bedienbar Wenn du gleich loslegen willst Mit irgendwelchen Knöpfen drücken Dann schmiert das Spiel ab Also wenn du gleich losstarten Willst du erst mal lieber Hochbooten lassen Das Spiel Am Anfang X drücken Zum Spielen Und dann auch es mal Laden lassen Und stehen lassen Und dann aus So nach 10 Sekunden Grüßens Interagieren Ja Ich habe ja gestern Aus dem Mittag Angefangen Ja Ja Naja So Arsch Geh nochmal pennen So Dann machen wir lieber nochmal hier Äh Ja Mal kurz Das Erweigen Aufwoll ist Na Ja Doch Videospiele Perfektioniert Na dann Das Wer ich nicht noch Schlimmallsteller Machen kann hier Was jetzt nochmal 22 Stunden So Können wir nochmal probieren 18 Stunden So Machen wir hier nochmal Irgendwas High Level Dinglebum Sunset Valley Flirt Trunk Trunk Flirt Trunk So Wie gut Nehmen wir den Das war so schnell Startle die schon wieder Mit Socken Ach Holger Das geht schon Ah Die ist ja blöderweise Nicht müde Ne 15 Stunden Schlafen Das war auf die andere Seite liegen Nice So In 8 Stunden Na komm Da können wir ja nochmal Können wir noch einmal Zugereiten Also noch Da ist 1.000 Dollar Für ein Getränk Alter Oh Getränkemeisterin Ja gut Lass uns einfach mal Laufen Ah Wobei Was ja nebenbei Machen könnte Ja Galerie öffnen Haben wir denn hier Eine Galerie Haben wir da Irgendwas hier Von wegen Rosebud Schauen wir einfach mal So Da ist ja auch Der Cheat By the way Für 50.000 Sims Dollar Wenn man den Eingeben will Äh Toll Na komm Na komm Hard Rosebud Challenge Was ist das hier Äh Nö Keine Beschreibung Vorhanden Hm Da ist sie nicht So nach Haus Race game Nö Dann lassen wir Das was von weg So Probier's hier Auf der herköpflichen Methode Aber hätte er nebenbei Weiter laufen können Oder Hat Nix da Keine Zeit Einer vorbeikommen Ich glaube Du Spinn Na gut Wenn es das heute nicht schafft Dann ist ja Zum Glück Einen Tag Wo man vorspulen muss Ah sehr schön So Auf der Arbeit Zum Glück geht dann Die Zeitsteller vorbei Na dann kommt sie denn wieder Bei der Arbeit bis 0 Uhr glaube ich war es Mal schauen Was jetzt unten Mit der 0 Uhr Daran steht Also 24 Uhr Ob es dann Bling macht Also Bling Ne Anscheinend Nicht Also Die Frage Warum nicht Getränke Mischen Ach Mensch So Musst ihr jetzt wieder Oh Zwei Tage Ja oder Dann müsst ihr ihn hören Dann müsste das Eigentlich klappen Na Pains Ja Die Köchin will nicht Oder Barkiebrin Wie auch immer Hm 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 Oh, kopieren. Aber auch so, dass ja, dass der Scheiß weg ist. So. Schlafen. Oh, Mann. Ist ja immer nur sowieso kurz pennt. Ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt ist es über 23 Stunden. So. Nein. Nein. Meine Jüde. Ich glaube, es ist dann immer nur die Kappen-Säule. Dann starbst du ja zwei Tage hintereinander. Immerhin mal. 14 Stunden immer noch. So, dann bin ich noch mal. Was? Das ist aber mit Cheats, oder? Begmedia Turbo in 12 Stunden. Also entweder ist das saugut oder Cheats? Das kann ja gar nicht sein hier. Ist ja Wahnsinn. Oder bin ich jetzt schon weit drüber? Acht Stunden? Na ja, komm. Einmal noch. Sechs. Okay, dann noch ein paar Mal mehr. So. Dann nehmen wir es hier einfach mal noch. Ist jetzt hier. So. Oh, eine Stunde muss ich zur Arbeit. Sehr schön. Ah, Holger. Mit deinen Cheats hier. Mit dir an der Cheat Engine kriegst du auch hin, Holger, ne? Ne. Ah. So. Kann man hoffentlich. Macht es dann blöp. Also für den Speedrunner, das ist ja krass. Weil die Geduld muss ja das mal haben. Na, endlich. So. Genau. Das war die. So, und jetzt suchen wir ja tendenziell die nur 90%. Alle haben bis auf Rosebud. Kann ich eigentlich auf Deutsch. Wie heißt die eigentlich auf Deutsch? Äh. Rosecrosby. Ja, genau. Eine Million, was? Simuleons. Simuleons? Hm. Genau, das auf jeden Fall. Na ja, klar. So. Wir nochmal gerade hier. Welten verwalten. Gibt's ja jetzt nicht, dass die Droh wieder nicht kommt. Galerie öffnen. Aha. So, also kann ich mal schauen ja. Ob die wirklich die Milliarde? Nein. 26.000. Aha. Aha. Bop, 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 bop. Ne, kommt nix. Da kommt nix. ist ja schon längst da. Äh. Äh. Bop, 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 bop. Wo ist denn der jetzt hier mit dem Rosebud? Bop, 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 bop. Nermelk, nermelkrenkos. Meshkacrine. The possum, rub miser. Shimrei. Gorchvaryki wixona. acioffateb. Danofa kampe. continually. Oh. xxx. Die haben das nicht. Das ist natürlich auch nichts, wie jetzt hier die Einstellungen sind. Ah. Ah. Wo ist da auch irgendjemanden geben hier? Ja. 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 Peinens, was will ich noch hier mit dieser Droppie? Ja. 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 Das ist nett, was ich auch hab. Scheiße. Da ist es anscheinend nur noch 25% hier. Ja. Ach ne. Äh, 25.000. So. Die haben die nur noch. So. Schau mal nochmal, ob ich die, was ich da neu runterladen kann oder so. Starter Home, Tiny Home. Na, die hab ich. Hä? Ja. Minimal, ja. Scheiße, ja. Ja. Ah, guck mal, ja. culinarii. Hm. Mortal Kombat. Aha, Painter und Triplet, mal verkehrt. Oh, wie ist Entertainer, also wenn man nachher Hashtag Trophy sucht, ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, ist der Painter, ja ist der Writer, Athlet, Criminal Astronaut, ah, okay, guck mal, das ist neu. Nee. Hm. Na, das andere. Triple Play, das gibt's echt nicht, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gut, der schaute mit dem neuen Trailer. But, get rich easily. Ah, 2000 Stunden. Ah. Tjoa. Hm. Warte, das ist ja jetzt schon komisch hier. Es ist ja schon selbst klar, ja, 25.000 ist teurer. Und. Ja. Weil eigentlich wär's halt die hier, die da. Aber ich schweiß hier einfach nochmal raus hier. labern die nochmal neu runter, aber ich glaub nicht, dass das was bringt hier. Aber, weil die ist irgendwie leicht, will nicht. so. Na, Budget 28.000. Hm. 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 Ja, es ist 26.000. Ja, es kommt nicht viel, ne? Hm, hm, hm. Ne, wir wollen da ewig dann umeier. Ich tapfe nochmal ganz kurz ab. Dann gucke ich mal nach, ob ich da auf die Stelle was anderes finde. Weil es muss ja irgendwas geben. So, gleich wieder da. Musik 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 scenes Sie Vielen Dank. 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 Oh... Ja, ja... Ja... Oh... ... Ja... ... 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 base game 835.000 1,5 million dollar sim plastic surgery 20.000 oh no, jetzt kommen wir aus 46.000 oh man ich glaube die haben das echt gepatcht, kann das sein dass wir da das hier so nicht mehr ohne weiteres herkriegt so nicht mehr ohne weiteres herkriegt budget 32.000 oder schuldern durch starten Ich sag mal hier, das wird schon hier Na, zur Stimme sag ich jetzt mal Ich sag mal hier, das wird schon hier Geht das irgendwohin hier? So Weil theoretisch, wenn es da hinhaut und es ist ja jetzt der Preis anzeigen, kann ich das Ding planieren, halte ich es auch Wenn es jetzt wo die eine Million dran steht Hm 601.000 Sowohl dazu Mensch, das kann jetzt nicht so schwer sein hier Ach, Skiller, Schnauze No, das ist Hm 22.000 22.000 22.000 23.000 24.000 25.000 25.000 25.000 Weil ich habe ja den... Die Rosebud-Scheiße wurde anscheinend gepatcht. Ein Millionen Sims da, ja? Oh! Ein Millionen, zwei Hunderttausend. Okay, warte mal. So. Jetzt hier mal in die Bibliothek. Äh. Na, jetzt verstehe ich jetzt einfach die da. Hm. Na, jetzt hat echt nur... ...der Grundstückspreis. Oh, ich will das jetzt auch wieder machen, aber ich will trotzdem nichts. Ah. Ja, ich denke mal, ja. Das wird so nichts, ne? Ja, ich denke mal in die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Grammar, weil wenn die Arme ist ja jetzt, das ist doppelt der Arme, ja. Nein. Das ist gut. Ah ja, auch nicht viel. Na ja, schauen wir mal. Hm. Na also. Mein Gott, da ist sie doch. Ja, jetzt hat er es 1.1 Millionen. Ah, okay. Da wurde es auf PS5-Variante hier gleich geändert. Ja, genau, da haben wir sie. Na also, geht doch. Ah ja. Aber schon mal nice to know, ne? Also einen rausschmeißen, die Trophy-Family holen, alle rausschmeißen bis auf einen. Nochmal die gleiche Familie mit dazu laden und dann laden. Dann geht's. Also zweimal die gleiche Familie, sag ich mal, die Trophy-Family 1 laden lassen. Auf einem Grundstück. Und halt der Haushalt zusammenführen. Jetzt geht's wieder 1 Millionen. Lol. Was ein Scheiß. Na ja. So, das haben wir. Äh, jetzt machen wir aber ganz fix hier aus, den Stream. Na, weil ich switch, äh, ich switch jetzt hier um auf Arc. Na. Na, wo ich mir's da nochmal mit der Admin-Konsole. Wie, ob's da besser geht. Und dann, ja. Ja, sind es vier erst durch. Sag mal, soweit. Trotzdem vielen Dank für Susana. Aber wenn's jetzt hier, naja, war, ne? Also, äh, will mir gerne schneller. Aber gut. Ja. Vielen Dank für Susana. Wenn ihr dranbleiben wollt, bleibt ihr kurz dran. Ich switch nur kurz um hier auf Arc. Und dann sehen wir uns da. Genau. Haut rein. Bis gleich. Bis gleich.